Hier seht ihr jetzt wieder Einnahmen, die ich generieren kann von 5 Dollar, 5 Dollar, 5 Dollar, 5 Dollar und nochmal 5 Dollar, hier unten mal 4 Dollar und 77 Cent. Wenn ich das Ganze zusammenrechne, kommen wir hier insgesamt auf 10, 20, 25, 29 Euro und 77 Cent, die ich jetzt hier einfach mir nehmen kann, wo ich wenig Arbeit für erledigen muss. Und dieses Geld kann ich mir dann auch ganz entspannt via PayPal auszahlen. Ich möchte euch heute in diesem Video aber auch eine Plattform zeigen, auf der ihr Geld verdienen könnt, wo ihr wirklich absolut keine Arbeit erledigen müsst. Ihr müsst nur ein einziges Mal eine App herunterladen und dann müsst ihr nie wieder etwas tun und bekommt dennoch Geld jeden einzelnen Monat auf euer Konto ausgezahlt. Aber nicht nur das, sondern ich möchte euch auch nochmal eine weitere Plattform zeigen, wo ich zum Beispiel über die letzten Jahre hin sehr viele Lizenzen verkauft habe, wo ich ein ziemlich großer Dezent bin und noch ein paar weitere Strategien, mit denen jeder von euch Geld im Internet verdienen kann. Bevor ich jedoch starte, habe ich auch nochmal eine persönliche Empfehlung für euch, nehme ich den Kanal NB. Er macht Videos rund ums Thema Geld verdienen im Internet und alternative Investments. Ich habe euch mal seinen Kanal in der Videobeschreibung drin verlinkt und ich kann euch Folgendes sagen. Er macht wirklich geniale Videos und ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr seinen Kanal abonniert. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt auch über die 7000 Abonnenten rüber. Deswegen klickt am besten einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung. Klickt dann hier auf den Abonnieren-Button und am besten auch nochmal auf die Glocke, sodass ihr wirklich keines von seinen Videos mehr verpasst. Der Content ist nämlich wirklich absolut genial und hier sind viele Strategien dabei, die ich noch nie auf meinem Kanal vorgestellt habe. Und ich wette, dass ihr hier sehr viel Mehrwert mitnehmen werdet, wenn ihr euch einfach mal den Kanal anschaut. Deswegen, wie gesagt, Link zum Kanal befindet sich in der Videobeschreibung drin. Und wir fangen direkt an mit dieser Methode hier, nämlich mit dieser Plattform könnt ihr Geld verdienen, ohne dass ihr dafür arbeiten müsst. Und ich weiß, viele von euch wissen sicherlich, dass ich ziemlich oft hier auf diesem Kanal sage, es gibt kein Geld ohne Arbeit. Ihr müsst irgendwie schon Arbeit erledigen. Bloß, die Sache ist, bei dieser Plattform hier tatsächlich, ist das nur im geringsten der Fall. Das heißt, man muss im geringsten nur Arbeit erledigen und kann dennoch damit Geld verdienen. Natürlich werdet ihr jetzt hiermit nicht hunderte Euro pro Mord verdienen oder tausend Euro im Monat verdienen. Das ist völlig unrealistisch. Aber, was das hier für eine Plattform ist, ist wirklich, wirklich spannend. Es handelt sich dabei um eine App, die könnt ihr herunterladen. Diese App läuft im Hintergrund und die trackt einfach halt nur, auf welche Websites geht ihr drauf. Falls ihr jetzt denkt, ach du meine Güte, das möchte ich ja nicht, dass Leute sowas wissen. Keine Sorge, diese Webseite hier, die wirklich schaut nicht nach, zwingt, sag jetzt mal, welche Plattformen sind das oder welche Websites sind das. Und sagt dann, okay, diese Websites werden von dir spezifisch aufgerufen und du wirst da an Prager gestellt. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist komplett anonymisiert. Das heißt, keiner weiß schlussendlich, wer du bist. Es ist einfach nur so, sagen wir mal, du bist jetzt User 1 und User 1 geht, sagen wir mal, im Monat 10 Mal auf Zalando, geht 5 Mal auf, weiß nicht, Amazon und 3 Mal noch auf Ebay. Und das sind natürlich so Daten, die ausgewertet werden, weil halt die Leute das Shopping-Erlebnis hier bei der Plattform wirklich nachvollziehen wollen und damit verdienen diese Leute Geld. Das heißt, falls ihr hier passives Einkommen generieren wollt und das komplett anonymisiert, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Was ihr tun müsst, ist folgendes, nämlich klickt auf den Link drauf, klickt hier auf gleich loslegen drauf. Anschließend dann, sobald es getan hat, müsst ihr hier eure Daten angeben, nämlich Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Dann klickt ihr unten auf weiter. Und sobald ihr hier auf der Plattform registriert seid, müsst ihr euch einfach nur noch die App herunterladen und diese App läuft dann im Hintergrund, das ist die Nielsen Computer & Mobile Panel App. Und diese App generiert euch dementsprechend dann im Hintergrund einfach ein passives Einkommen und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst eine App herunterladen. Also wirklich einfacher geht es kaum, deswegen schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ein Link zu dieser App befindet sich in der Videobeschreibung drin. Und wir machen direkt weiter mit dieser Plattform hier, wo ich immer wieder 5 Euro, 5 Euro und wieder 5 Euro verdienen kann. Und jeder von euch kann das Ganze auch. Was ihr hier seht, sind Audio-Dateien. Und ich muss diese Audio-Dateien transkribieren. Das heißt, ich muss abschreiben, was in dieser Audio-Datei gesagt wird. Ich kriege dann hier, sagen wir mal zum Beispiel 5 Minuten und das hier sind zum Beispiel Leute, die anscheinend hier sprechen. Und hier zum Beispiel kriege ich auch wieder 5 Minuten und das sind die Leute, die in dieser Audio hier sprechen. Ich erstelle dann ein Transkript und dieses Transkript reiche ich auf der Plattform ein und werde anschließend dann dafür bezahlt. Diese Plattform, über die ich gerne mit euch sprechen möchte, ist die Plattform GoTranscript. GoTranscript ist eine der ältesten Plattformen überhaupt in diesem Bereich. Und das Schöne ist halt hier, dass es wirklich seit, naja, wie lange kenne ich die Plattform? 6, 7 Jahren wirklich rund um die Uhr Aufträge gibt. Selbst jetzt in Zeiten von KIs ist diese Plattform hier nicht überlastet, nicht überfordert. Es gibt dennoch immer noch haufenweise Aufträge, an denen ihr arbeiten könnt. Ihr müsst euch einfach nur anmelden. Ihr müsst dann einen kleinen Test bestehen. Und dann klickt ihr hier oben auf Work drauf. Und dann klickt ihr hier auf Transcription Jobs. Klickt einfach auf Available drauf und schon haben wir dann hier die Jobs. Ihr seht aber, die verschwinden sehr, sehr schnell. Zum Beispiel hier, jetzt haben wir noch drei Jobs, an denen wir arbeiten können. Und dann hier Available nach 19 Minutes, also in 19 Minuten, könnt ihr euch dann direkt die nehmen und könnt damit Geld verdienen. Und wir machen weiter mit einer weiteren Plattform, nämlich der Plattform Tootkit. Tootkit finde ich persönlich komplett unterbewertet. Nämlich, Tootkit ist eine Plattform, auf der man Kurse publizieren kann. Und wenn ihr, sag jetzt mal zum Beispiel, auf Udemy oder Skillshare unterwegs seid und ihr wollt extra Geld verdienen, dann könnte das hier für euch ein absoluter Game Changer werden. Warum? Weil ihr auf der Plattform hier Lizenzen verkaufen könnt. Ich darf euch leider nicht sagen, wie viel man für diese Lizenzen bekommt oder wie viel zum Beispiel eine Stunde oder sowas bringt. Das darf ich leider nicht sagen. Aber ich kann euch zumindest das Folgende sagen. Nämlich, dass es halt hier die Möglichkeit gibt, unsere Kurse auf dieser Plattform zu publizieren. Wenn, wie gesagt, die Themen passen für die Leute hinter dieser Plattform. Wenn ihr hier auf der Plattform publizieren wollt, müsst ihr einfach nur ganz nach unten scrollen. Anschließend dann haben wir dann hier den Button Trainer werden. Der befindet sich hier unten. Da klickt ihr einfach einmal kurz drauf. Dann könnt ihr euch hier das Ganze anschauen. Du verdienst Geld, du multiplizierst dein Wissen, du etablierst dich als Experte. Und dann klicken wir also hier auf zur Traineranfrage. Und dann müsst ihr einfach nur euren Namen, Vornamen, E-Mail-Adresse, Web-Adresse und dann beschreiben, was ihr anbieten wollt. Link zu einem Beispielvideo von euch und dann, welche Erfahrungen hast du in dem Bereich, in dem du deine Inhalte anbietest. Da muss man, wie gesagt, noch ein bisschen was drüber schreiben. Dann klickt man halt hier auf die jeweiligen Bereiche. In meinem Fall zum Beispiel Online-Marketing und Business und Business-Marketing und Vertrieb. Das sind so meine Fähigkeiten. Und dann könnt ihr hier unten auf Traineranfrage versenden draufklicken. Und anschließend dann wird diese Anfrage direkt hier an die Plattform geschickt. Und dann meldet sich in der Regel der Geschäftsführer bei einem zurück. Und man kann mit dem einen kurzen Call führen. Und dann wird halt, wie gesagt, geschaut, ob ihr zur Plattform passt. Aber ich sage mal folgendes. Die Lizenzen lohnen sich. Das heißt, wenn ihr bereits auf anderen Plattformen publiziert, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch auf Tutkit zu publizieren. Dann eine weitere Plattform, von der ich ein Riesenfan bin, ist die Plattform YouGov. Wenn ihr einfach mit sehr wenig Arbeit oder sagen wir mal mit sehr einfacher Arbeit, das ist schon ein bisschen Arbeit, aber mit einfacher Arbeit Geld verdienen wollt, dann könnte YouGov für euch richtig, richtig spannend sein. YouGov ist ein Umfrageportal. Ihr klickt einfach hier auf Starten drauf. Ich habe euch einen Direktlink zu YouGov in die Videobeschreibung reingetan. Wenn ihr auf den Link drauf geklickt habt und ihr werdet dann hierhin weitergeleitet, müsst ihr einfach eure grundlegenden Daten angeben. Da klickt ihr also hier schnell mal auf Weiter. Sagt ihr zum Beispiel so, ich wurde im Jahr 1997 geboren. Hier unten seht ihr es. Ihr habt zum Beispiel jetzt 5 Punkte und zack, jetzt habt ihr schon 10 Punkte. Dann gebe ich mein Geschlecht an. Männlich habe ich jetzt schon wieder 5 Punkte hinzuverdienen. Jetzt gebe ich meine Postleitzahl an und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch dann auf der Plattform erfolgreich registriert habt, dann könnt ihr halt an allen möglichen Umfragen teilnehmen und können mit diesen Umfragen Geld verdienen. Und die Auszahlung funktioniert den ganzen Spannen via PayPal. Also, falls ihr das ganz interessiert, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Wir machen weiter mit dem Krypto-Projekt Krypto Allstars. Krypto Allstars ist eins der größten Krypto-Projekte des Jahres. Und das Spannende ist hier, dass ihr wirklich noch ganz am Anfang jetzt dabei seid. Nämlich normalerweise ist es so, dass, naja, solche Coins relativ teuer sind, auch schon selbst im Pre-Sale. Hier aber tatsächlich bekommt ihr einen Stars Coin jetzt noch, weil das ist wirklich eine der ersten Runden hier, kriegt ihr einen Stars Coin für gerade mal 0,0014769 Dollar. Heißt, wenn zum Beispiel am Ende des Pre-Sales schon dieser Coin bei 0,009 oder sowas steht, dann habt ihr theoretisch zumindest 9x schon mal rausgeholt. Ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal. Aber ihr habt auf jeden Fall ein Vielfaches schon mal rausgeholt, weil Leute zahlen da natürlich deutlich, deutlich mehr am Ende des Pre-Sales, als jetzt gerade am Anfang vom Pre-Sale. Das heißt, jetzt gerade steht dieser Coin noch ganz am Anfang vom Pre-Sale. Ich weiß nicht genau, ob tatsächlich dieser Pre-Sale-Preis noch mal hochgehen wird auf 0,09. Das war zumindest aber bei solchen Pre-Sales wie Playdoge so. Kann gut sein, dass es hier tatsächlich auch so sein wird. Und das hier ist, wie gesagt, eines der spannendsten Projekte des Jahres. Alle möglichen großen Finanzinfluencer sind hier investiert. Auch zum Beispiel mein guter Freund Flo Farel hat auch wieder in das Projekt investiert. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wo das Ganze hingehen wird. Natürlich soll das Ganze hier keine, und das wisst ihr auch, keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlungen sein. Selbstverständlich gibt es auch hier immer das Risiko des Totalverlustes. Aber wir wissen das natürlich auch im Kryptobereich. Kann es halt ganz schnell auch mal ein 10x geben oder ein 20x geben. Und da hat man aus einer kleinen Summe eine richtig große Summe Geld gemacht. Deswegen niemals Geld investieren, das ihr nicht auch verlieren könnt. Aber das hier ist wirklich ein mega, mega spannendes Projekt. Und ihr könnt das mit allen möglichen Kryptos einfach hier kaufen. Zum Beispiel auch mit dem BNB-Coin oder Ethereum oder welchem Coin auch immer. Und ihr könnt einfach, indem ihr praktisch euer Wallet anlegt. Dafür braucht ihr Metamask oder zum Beispiel Best Wallet. Könnt ihr hier dran teilnehmen. Das heißt, ihr legt wie gesagt ein Wallet an. Wenn ihr eins bereits habt, super. Dann klickt ihr hier auf Wallet verbinden drauf. Und dann könnt ihr direkt hier in diesen Pre-Sale investieren. Und kriegt dann wie gesagt, so wie der Pre-Sale vorbei ist, eure Coins direkt ins Wallet geschickt. Und dann noch eine letzte Sache. Nämlich, ich wollte mit euch nochmal kurz über meine eigene Agentur sprechen. Nämlich Schottari Etz. Ich habe jetzt über die letzten Wochen echt vielen, vielen Leuten von euch geholfen, dabei Deals zu bekommen. Aber gleichzeitig natürlich auch vielen von euch dabei geholfen, Werbedeals zu vergeben an Leute, damit ihr, wie gesagt, euch Reichweite aufbauen könnt. Und falls ihr jetzt sagt, was genau ist Schottari Etz? Es handelt sich dabei um eine eigene Marketingagentur. Vor allen Dingen halt im Bereich bezahlte Influencer-Werbung. Und was ich hier mache, ist Folgendes. Nämlich, ich kann euch mit den richtigen Influencern connecten. Also Leuten, die wirklich gewaltige Reichweiten haben. Und das Spannende ist einfach das Folgende. Nämlich, wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade euren YouTube-Kanal aufbaut. Oder ihr habt einen Podcast. Oder ihr wollt in irgendeinem Maße Reichweite aufbauen. Dann kann ich euch die richtigen Leute liefern, die oftmals zum Beispiel 100.000 Abonnenten auf YouTube haben. Und natürlich, wenn die euch einen Shoutout geben, das heißt zum Beispiel einfach mal in ihrem Video irgendwie 30 Sekunden oder sowas über euch sprechen, dann könntet ihr dadurch schon alleine gewaltige Reichweiten aufbauen. Und ich habe euch also einen Link zu meiner Agentur in die Videobeschreibung reingetan. Das Ganze ist für euch relevant. Wenn ihr, wie gesagt, Reichweite generieren wollt und ihr wollt Influencer haben, die das Ganze für euch machen, dann, wie gesagt, kann ich euch gerne hier connecten. Und natürlich und auch sehr wichtig, wenn ihr ein Influencer selbst seid, dann könnt ihr hier unten auch einfach angeben, zum Beispiel, dass ihr kein Werbebudget habt, sondern dass ihr halt ein Influencer seid. Und dann könnt ihr hier eure Nachricht eingeben. Schickt mir also dann gerne eure Social Accounts und dann kann ich schauen, dass ich euch Werbedeals zuschicke. Ihr solltet zumindest, sagen wir mal, 1.000 Abonnenten oder sowas haben. Das ist wirklich das absolute Minimum. Besser wäre es natürlich, wenn ihr eher in die Richtung seid von zumindest ein paar 1.000 Abonnenten. Da kann ich dann auf jeden Fall mehr mit anfangen. Gut, das war es dann tatsächlich schon wieder heute hier für dieses Video. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, einmal für Shotari Ads, dann auch mal den Crypto Presale von Crypto Allstars und auch noch mal dieser Plattform hier namens Nielsen Computer Panel sowie YouGov. Ich persönlich würde einfach mal euch empfehlen, schaut euch alles mal an, zum Beispiel YouGov und hier die Nielsen Computer Mobile Panels. Das ist natürlich komplett umsonst, das heißt Anmeldung komplett for free. Links zu den beiden sind in der Videobeschreibung drin. Und wenn ihr, wie gesagt, ein bisschen Kapital überhaupt, dann könnt ihr es zum Beispiel auch hier in solch ein Projekt wie Crypto Allstars investieren. Und wenn ihr, wie gesagt, Reichweite aufbauen wollt, dann helfe ich euch gerne mit meiner Agentur Shotari Ads. Alles davon ist in der Videobeschreibung drin verlinkt. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.